Musik Das sind wir bei dem Indie Game The Baby in Yellow Wir hatten das vor kurzem erst im Livestream gespielt Aber Ich Dully Hatte das Mikrofon einfach Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das nochmal Und bring es halt einfach nach draußen Und jetzt haben wir es Genau Nacht 1 Das Kind Ist das das, was man sich vorstellt? Das Baby in Gelb Akt 1, Szene 2 Klappe Daten Freue mich Ja, hallo Hallo Timmy Was geht? Hallo Ah Du siehst aus wie Mit dem Krönchen Genau, du bist der König Achso Warte Flasche Kannst du schon alleine sitzen? Das ist ja voll cool Ja, da freue ich dich Hast du Kacka gemacht? Du bist zwar ganz klein, aber stinkst wie ein großer Was soll das denn jetzt hier? Willst du mich verarschen? Brauchst mich gar nicht so anzugucken mit deinem braunen Puller Das macht dir ja sogar Spaß Wirft ein Ei auf das Baby Noch einmal Timmy, das passiert, wenn man mich verarscht Bin ein schlechter Babysitter Aber Was soll ich machen? Deine Eltern zahlen mir halt nur 50 Endlich stumm Fällt mir auch nicht Aber Ist halt so Ist die Katze Ja Also neue Pampers Ja, da freust du dich So Schau mal Der Spiegel mag dich Der gute Ruf Und wie man ihn rettet Rätsel Okay Ach Ich will Baby Basketball spielen Irgendwie Warte mal Warte mal Ach Ich kann dich Das ist Ich kann mich Äh, offen. Äh, ich hab einen Puck gekriegt. Ja, guck mal, wir haben einen Puck gekriegt. Warte, machen wir nochmal. Warte. Noch ein Punkt. Ah, schlecht. Wie gesagt, 50 Cent die Stunde. Hat es nicht. So, die Unterwelt. Die perfekte Kinder. Babyplüsch. Schau mal hier. Schau mir nicht so an. Schau mir hier noch. Räumen wie ein König. Ja. Äh, Geschichten für gruselige Kinder. Ja. Großkopf-Modus freigeschaltet. Oh, krass. Oh, krass. Oh, Baby ins Bett bringen. Geschichten. So, der Prinz und die Katze. So. Ja, das freu ich mich. So, ich weiß nicht. Doh. Er fuhr durch die fabulose Fountain fliegende. Schau an das Wetter. Schau, schau, schau. Aber der Prinz nicht ließ den Garten und hat angefangen zu schrauben die Bäume. Er schickte die Blöden, nahe die Hände und alle die Läden entfernt. Er verletzte alles für Spaß. Der Katte hat sich in Angst. Der Steak, ich habe gemacht, der Katte rief. Ich hätte ihn hier nie genommen. So. Der Penta schon. Oh. Die Kunz. Wir anziehen. Wir enter. Drehen. ab jetzt schon fünf stunden hier gearbeitet weil ich so mein studium die vom haben klungen ist mache ich den link baby beruhigen nehmen auf schmerzen guck mal du findest das ja sogar noch lustig in deinem bett bleibt sie ja nicht wochen für windeln einzige kochbuch das jemals brauchen wir seine inneren dämonen das machen wir noch mal ne ja das waren wir gut lustig tschüss Bester Babysitter des Jahres! So, Baby einmal gewaschen. Das finde ich ja gut, ne? Ja, das finde ich... Das fand ich so gut, ne? Aber ich war nicht der Erste. Sie sind mit mir. Nacht fiel der ersten Tag. In der anderen, die ich dachte. Still, wir gebrauchen für die Kinder. Wir sprachen von Hastur und Kasilda in ihrer Absence. Während die Flüge rief in in der Klaude. Nacht 2, das Kind. Guck, guck. Hat das nicht lustig? Ich hab doch gesagt, lass. Das Baby in Gelb. Nacht 2, Szene 1. Sollst doch kein Fernsehen gucken. Ich hab dich raus. Vielen Dank. Ja, cool. Super. Kimi, lass mich raus. Oh. Da ist die Flasche. Und dann... Was denn? Auch nicht mehr. Komm, hast die Flasche gekriegt, ne? Ja, muss ich... Nein. Ich mag Kinder wirklich. Naja, du wirst dich an mich rächen, ne? Ja. Wie gesagt, deine Eltern zahlen mir nur 50 Stunden. Das glaubt mir keiner, wenn ich... Ja, okay. Nein. Notfallglas. Was machen wir? Willings, Sonnen und... Ach, hat die... Ach, hat die... Ach, hat die. nicht die trotzphase jetzt ja du bist super süß angezogen ansonsten du weißt mal dein tägliches bad nehmen und ab in die badwäsche auch wäsche ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit, wenn ich dir den gebe, gut, ähm, so, war auf jeden Fall ein guter, alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Was willst du jetzt? Auf damit und lass mich jetzt lesen. Da drauf, der hat er so... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh. Ja, 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 ja. Oh, ich mach Feierabend schon. Und jetzt... Oh, was haben wir... Gut. Das ist jetzt der Hase hier unten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Aber lief... Ich würd mal gerne wissen... Ultra low... Ach, du Scheibe! abgeschickt Warum steht der Karton jetzt da und ist der Toaster ausgepackt? Ich hab den doch gar nicht ausgepackt. Wagen. Wie möchte ich denn meinen Tuch? Was geht mir auch ständig in der Küche? Beat me! Baby, füttern, du Mann. Nice gemacht, ja. Waschen. Das schreit. War nicht rausgeschmissen. Hä? Hättest du mich mal nicht rausgeschmissen, na? Mann, was soll das hier? Na? Was war das denn gewesen? Ja. Ja, warte. Das war ich jetzt. Geh es mir auf den Sack. So. Ja. Du gehst. Ich kündige. Ich kündige. Ich kündige. Oh, den Schnuller. Alter. Ernst? Bist du? Wo bist du, Timmy? Komm sofort, ihr. Was macht der hier ein auf Teufels, Junge? Hör auf damit! Was sind Babys in ihrer Trotzphase? Bin gerade Zähne. Alles nicht so toll. Ab ins Bett mit dir. Brav. Aha. Hä? Lichte vorlesen. Vollkommen normal. Stahl, normales Kinderverhalten. Komm mal, ich hab alles durch. Es war kalt. Throughout the palace. Die moon schone bright outside. Die wind, es blühen und blühen. Oh, nein. Die Kürtons fliehen offen wide. Der kleine Prinz war in seinem Bett. Und er konnte nicht mehr sleepern. So er kam aus seiner Mutter. Bitte geh und find meine sheep. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Just one more thing, said the prince. Before I drift to sleep, he opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Ganz normal. Ganz normal. Ja. Absolut. Absolut. Gute. Er jetzt? Oh, nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was hat er hier für eine Sauerei gemacht hat? Was hat er hier für eine Sauerei gemacht hat? Folge dem weißen Hasen. Okay, alles klar. Immer dem weißen Hasen folgen wie bei Alice im Wunderland. Ah, da ist er bei. Und da, ne? Hallo? Ich will gehen. Okay, alles klar. Pickmans, Wahnsinn. Schnell zum Ausgang. Kleine Kaninchen hüpfte. Prince und Kaninchen. Also. Okay. Auch vollkommen normal. Ja. Genach. Will. Ausbau Hanpu Wahnsinn zur Musik Wie man verschwindet Guck jetzt erstmal Ah ne, da ist ja Wassermelone hier Guck mal hier Ach guck mal Machen wir mal ein bisschen Musik hier Ich denn seine Guck mal hier Nein So, dann spiel Das Katzenau Warum So, da ist ein Schalter Da ist ein Schalter Hm OptiBee, Buddy Nicht Fangspielen Fangspielen ist scheiße Ja, da ist ein Schalter Ja, da ist ein Schalter Ja, da ist ein Schalter Nein Nein, ich will den Schalter zumachen So, dann habe ich ja nicht ich habe noch was gefunden so sollte vorzugs doch klar ja 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 unglaublich ehrlich ja 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 also ja 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 Oh mein Gott. Hau ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Kinder. Lass mich nicht allein. Bleib hier. Für immer. Nee. Geh weg. Weg mit dir. Ich mag dich schon. Voll creepy. Du bist voll das creepy Kind. Ja. Oh Gott. Ah. 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 Oh, okay. Das Problem ist, warte mal, ich geh mal kurz nach oben. Sonst auf die Leitschleife auf. Ja, ich sag mal. Guck mir nicht so an. Na, Junge. Gretz mir nicht so an. Gretz mir nicht so an. Ja. Was machen wir jetzt für Geheimnisse hier schwarz? Alles gut. Schlaf gut. Zeitschleife. Es ist dieser fucking Zeitschleife. Mhm. Hm. Sperrt. Stop. Hm. Ja. Schon gesehen, schon bekannt, schon gelebt. Nein. Okay. Nein. Nein. So rede ich jetzt einfach. Lass mich in Ruhe. Das sind total coole Tricks, die du drauf hast. Ja. Total cool. Richtig coole Tricks. Richtig coole Tricks. Auf die Ferne. Auf die Ferne. Auf die Ferne. Okay. Gut. Ich... Ich sollte nicht reingucken. Nein. Nein. Ich sollte nicht reingucken. Nein. Ich möchte kein Ferne. Nein. 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 Abscheue Trash TV. Abscheue Trash TV. Nein. Das ist mir das letzte Mal aber nicht passiert hier. Nein. Äh. 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 Ja. Cool. Äh. Ja. Findet der jetzt natürlich nicht so witzig, na? Nein. Äh. 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 Und dann sind sie ein Fäh geschlagen. Cool. Baby ins Bett bringen. Ein. Schon wieder ein sehr, sehr müder Junge. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, willkommen mal. Ach ja, hier ist die Freundin. So. Tschüss. Eine Brücke öffnet. Baby ins Bett bringen. Fehlgeschlagen schon. Allein Fehlgeschlagen ist nicht. Ich weiß nicht mehr, wo. Ah, scheiße. Okay, andere Seite. Andere Seite. Also, nicht nach links, sondern nach rechts. Ja, das ist auch verknüpft. Mal, dass der hier steht. Oh, Juhu. Immer direkt hier rum, ne? Tschüss. Hui. Pitcherentchen. Don't leave. Ja, ja, ist okay. Ja, du sitzt da hinten. Hier, Gummiente. Tschüss. Zug. Opa. Nein, okay. Verstecken spielen. Komm, such mich. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Vielzeug. Yay. Freiheit. Licht. Lauf, kleines Kaninchen. Du bist nicht allein. Es wird immer andere geben. Okay. Freiheit. Ich habe gekündigt. Frist los. Ja. So, über die Küste. Wohnung betreten. Mal wieder. Ja. Auch voll. Ahl. Ahl, mach den. Ich kann halt nur noch mal gucken, ob hier irgendwo. Nimm noch mal einen. Folge der Schwarze. Voll der geiles. Kratze. Kratze. Oh, jetzt habe ich gekürt. Hmm. Nee, 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 nee. Erinnert mich an einem schönen Ort. So, Neugier. So schnell du kannst, folge mir. Nicht sehen. Okay. Ich muss ja auch ein... Ja, irgendwie. Passt. Auch. Boah, dann haben wir das schon mal geöffnet. 21. Plan life continues to grow out of control since Newt's disappearance. Research happily impacted. Frustration building. Feeling. Lonee. 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 Jun. 2. I found 940,'s painting travel continues to be the best way to journey towards the return of the date… ...there must stay hidden from the child. They ruin the same fate as the other. Erkunde hinter dem Tor. Hähn! Ilsa! Oh, komm mal da raus. Oh, kaputt. Sieht tot aus. Sieht tot aus. Are you? Oh. Die Verbindung wird aufgebaut. Oh nein. Schütz. Voll kacke in sowas, ne? Nein. Ich bin total schlecht in sowas. Eck ist rein. Ich bin total schlecht in sowas. 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 Ich bin total schlecht in 소� именно benim yowes развEXD scriptures. Jo, mit der Pflanze. Ah. Hunter. December 1st, log 160. So, the gyrosphere and the world door above the alchemy room remain the last bastion between our reality and that of the unspeakable one. Should I be driven mad and forget my duties, I leave this recording as a reminder. Never open the door and never allow the gyrosphere to stop spinning. If the rings ever so much is waver, they will find you. Loghead. Okay, okay. Ah. Kümmer sich schon drum. Perfect. Also. Ooh. Einmal Obensaft. Vollkommen. 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 Off. Vollkommen. 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 Nein, hab doch einfach mal... So. Witzig, ne? Ich findest du Lust. Eins. Erste. Mal. Oh, ist... Ah, okay. Das war das. So, und dann haben wir... Es wird schon richtig... Okay. Okay. Ja, cool. Cool. Wir haben nochmal ein Trophäe jetzt hier. Echt? Oh. Nein. Hier? Nichts. 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 Mann, ey, wie find ich... Ah. Komm. Ich mein... Ja. Okay. PlayStation 4-Taste. Gut. Bleib da. Wieder hoch. PlayStation 4-Taste. Oh. Ach ja. Ehe. Eine Infobox noch. In. Gut. Ein. Eins war noch hier gewesen. Ja. Okay. Perfect. Ja. So. So. Und wieder ab. Was war das jetzt? Tür offen. Hier kommt meine Maske hin. Geil. Geil. Fotoraum. Es reicht. Wir spielen jetzt. Oh. Hey. Ein von vorne zu öffnen. Öffnen. Kamera für ein. Fügen. Ja. Ich kann mich noch an alles erinnern. Weise. War. Tage. 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 Gießen. Ja. Fässer auch gut, ne? Hier so in dem roten Licht und so. 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 Sehr schön. So. 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 Okay. Okay. Was schon auf der nächsten? Komm. Oh. Wolltest du dich schon auf die neue Psch? Äh. Melupa. Warte mal, jetzt leuchtest du. Wolltest du nicht leuchten? Wolltest du nicht leuchten? Wolltet der? Dann setze ich mal da wieder hin. Grün und... Ich brauche grün und rot. Ja, dann machen wir ja grün und rot. Leuchtet der einfach so. Hier einmal. Melupa. Genau. Genau. Perfekt. Ist hier irgendwas? In Erinnerung an die Gefallenen. Die Suche. Das Gelb sucht. Hof. Ewige Wache. Da ist die Blume. Äh. Äh. Naja. Jetzt sind wir ganz witzig, ne? Wir stoppen das Baby. Ich weiß halt nur nicht mehr. Wohin mit dem Baby? Das weiß ich nicht mehr. Shit! Ups. Das war zu. Ja. Ich wollte die eigentlich wieder hochziehen. Ist hier. Alles ganz gut. Es hat mirано. Okay. Okay, Mann. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Danke schön. Herr Künstl. Danke schön. Und ihr habt einen Künstl. Ich bin einiger. Ich bin einiger. So. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und tschüssi. Guten Flug. Dieses Kind hat er. Dieses Kind hat es einfach. Das ist toll. Meine eigenen. Jetzt bist du sauer, ne? Weil ich gerade Fluch der Karibik mit dir gespielt habe, ne? Welten kollidieren. Ihre Ankunft ist unvermeidbar. Ich muss mich vorbereiten. Der Doktor. Ja. 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 gucken. Ich glaube, es war pink und blau. Ah, ist doch. Und? Ich bin da an dem Weg nach oben. Okay. Einmal. Du bist so ein süßer Fratz, du, ne? Süß und knuddelig. Das ist jetzt nicht süß. Ich hole den Schnuller aus der Küche. So. Brüge das Baby. Komm, hier, hast du einen Schnuller. Mach gut. Hm. Lass die Ringe drehen. Uh, uh, uh. Oh, okay. Okay. So. So. Okay. Okay. Danke. 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 Neben mir hoch! Der macht voll Randan... Five. Oh mein Gott... ja aber wie normal ach so okay das problem ist einfach schlechte erziehung weiss okay ja Ja, Dude. Und rein. Ja, Mann. Voll die John Wick-Rolle hier gemacht. Perfekt. Ja, Mann. Das sind die Backenszene, die gerade durchkommen. Ich würde so nicht öffnen. Okay, alles. Ups. So. 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 Wir nehmen Neugier. Wir nehmen Neugier. Wir nehmen Neugier. Wir nehmen Neugier. Fimi hat noch Geschwister, cool. Wir nehmen Neugier. Ja. Danke fürs Spiel. Dies ist nicht das Ende. Neue Kapitel, Geheimnisse, Outro. In der Zwischenzeit. Bis Gott. Ja. Wir haben, also ich hab ja damals schon Baby in Yellow gespielt. Da haben wir im Endeffekt so die zwei Nächte gespielt gehabt. Jetzt haben wir neue Version von Baby in Yellow gespielt. Und wird auf jeden Fall noch was kommen. Das heißt, da wird's auf jeden Fall nochmal einen dritten Part geben. Wann weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall kommen. Äh, wie gesagt, den Link zum anderen Video, den... Nein, also Schreibung. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Indie-Game. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Indie-Game. Kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ähm... Ja. Hau da rein. Dankeschön. Das ist in der Vergangenheit, in den letzten Wochen... Bitte um. Ja, dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. ! Ja. Vielleicht! Ja. Hm. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020